Ich spiele wieder Blitzschach. Mal sehen, was heute für Katastrophen bei uns reinkommen. Sizilianisch auf dem Brett. Er geht in den beschleunigten Drachen. Himmt man hier raus oder spielt man vor? Ich probiere es mal mit C3. Tatsächlich kann ich jetzt auch den Bauern einfach vorpushen. Ich greife den Springer an. Er geht hier rein. Sollen wir ihn mal weiter angreifen. Okay, machen wir seine Bauernstruktur kaputt oder geben wir erstmal hier in den Schach? Der Läufer zieht dazwischen und den kann ich ja... Soll ich ihn rausnehmen? Oder mit dem Springer decken? Ich probiere es mal mit der Dame, den zu decken. Ja, ein bisschen Bauernstruktur kaputt ist nicht so wichtig. Dame zieht dazwischen, Damen sind vom Brett. Jetzt ist das auch gar kein Problem, dass ich hier nicht mehr richtig ruchieren kann. Den Bauern will ich auch nicht vorspielen, der blockiert ganz gut den Läufer. Wo spielen wir den Läufer denn jetzt hin? Hier rein? Läufer zurück. Springer kann nirgends wohin. Springer kann vielleicht hier rein und den Läufer dann angreifen. Ja, den will ich behalten, der steht hier auf einer schönen Diagonale. Dann mache ich ein kleines Rückzugsfältchen für meinen Läufer hier. Hier wäre es mit langer Rohade. Den Bauern deck ich mit dem König. Der Turm ist dann direkt hier schon auf der D-Linie platziert für nachher. Dann könnte... Okay, Vorsicht vor Abzug. König zur Seite. Ein Safe-Step. Okay. Da nehme ich mit dem Bauern raus. Dann ist zwar der weg, aber ich kann meinen Turm jetzt einschalten. Der Bauer fällt. Ist das wichtig? Ja, okay. Ei, nee, dann kommt ja die Gabel hier. Gabel droht. Also erstmal hier verteidigen und Bauern... Also Bauern decken. Gabel verhindern. Und dann... Hätte vielleicht auch mit dem Bauern hier rausnehmen sollen. Aha. Will ich... Will ich da rein? Jetzt bin ich ja trotzdem in die Gabel reingelaufen. Will ich da rein? Schwierig wird es, wenn er dann den Bauern anhebelt. Dann probiere ich mal so und dann den Springer rein. Dann kann der Springer noch ziemlich gut stehen. Will ihn da rein haben und dann mit Tomi 1 auf den Bauern hier Druck machen. Denn der Turm will da rein, um den Bauern zu gewinnen. Das... Ne, das will ich nicht so gerne. Also... Oh, dann gewinnt er ja den Läufer. Ach, was mache ich denn? Weg mit dem König. Aber Turm kommt dann trotzdem hier rein. Mit dem Springer blockieren will ich nicht. Ich will den Springer schon gern da rein haben. Ich gehe hier. Turm geht hier. Ich gehe da. Turm schlägt. Ich gehe hier. Ne, das ist alles zu doof. Alles zu doof mir hier. Also Turm B2 ist Mission zu verhindern. König hier. Dann nimmt er hier raus. Ich gehe hier. Er hat einen Freibauern. Wir aktivieren den König einfach erstmal. Turm hier rein. Genau. Kann auch hier schlagen. Das wird ein bisschen unangenehmer sein. Geben wir ihn einfach die Bauern. Wenn er hier rausnimmt, dann kann ich mit Tempo wenigstens zurückschlagen. Also zurück angreifen. Ja, ein bisschen nervig. Ein bisschen nervig ist das Ganze schon jetzt. Ich will meinen eigenen Turm hier nicht blockieren. Springer da rein ist super geil. Der Bauer wird ein bisschen gefährlich, ja. What? Geht da noch mehr? Schach? Boah, da geht doch noch mehr. Schach, er muss wieder zurück. Wenn er hier hingeht. Da muss jetzt doch irgendwas drin sein. Oder er ist einfach jetzt nur hin und her gerannt. Ja, das bringt ja nichts, weil der Turm hier noch abdeckt. Trotzdem liegen wir total hinten. Also was mache ich? Da angreifen. Ne, ne. Den Läufer. Ja, keine Ahnung. Jetzt lasse ich mich selber fesseln. Sieht er nicht. Kein Abzug. Dahin wäre nicht gut. Ey, ich habe ja nichts. Hier ist alles beschützt. Alles ist beschützt. Ich komme nicht durch. Der Freibauer ist jetzt auch noch stark. Ich tue mal so, als würde ich den Freibauern angreifen wollen. Aber in Wirklichkeit Versuche ich hier irgendwie noch Schach zu geben. Kann ich noch eine Remi drausholen? Schach. 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 Okay. Da war mein Gegner zu gierig. Wandelt zur Dame um. Und hier hatte ich schon einen Schachmatten Einzug. Schreibt gerne in die Kommentare, was das Matten Einz ist.